Stabilität und Alterung. Um das Verhalten energetischer Materialien bei Alterung oder das Zusammenspiel verschiedener energetischer und nicht energetischer Komponenten zu untersuchen, werden die zeitabhängigen Änderungen verschiedenster Materialeigenschaften untersucht. Betrachtet werden unter anderem Gasentwicklung, Stoffabbau oder Wärmeentwicklung aufgrund chemischer Reaktionen. Es findet eine lückenlose Überwachung der Stabilität aller energetischer Stoffe entlang der Wertschöpfungskette statt.